Hallo und herzlich Willkommen, ich bin euer MrWender1974 und jetzt kommen wir zu einem Game. Das hat 49 Cent gekostet. Corporate Lifestyle Simulator. Das Spiel hat eine Story. Warum auch immer. Ich starte mal einfach. So, 135 Dinge erstmal laden. Hey Ted! Synergy. Kannst du ein Game ausnehmen? Cost-benefit analysis. Uh, what? Prioritize action items. Alright, dude. See you later, Ted. Uh, it wasn't Ted meh. Do you know who makes fun of management for being zombies? Check out Ted. Is he eating a human being? I think he's definitely eating a human being. HR is gonna be all over that. I know it, right? Hey, look at that. Board meeting just got out. That's a lot of blood. Why is the entire Board of Directors covered in blood? I bet they charge the dry cleaning bills of the corporation too. Jerks. Hey, do you think about- Uh, 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 uh. Hey. Huh? Go Rocky. I got this report to do, so. tauuus. Yeah. Musik ist ganz gut bei dem Ding. Ja, ähm, das ist ein Office Simulator und gleichzeitig ein Zombie Simulator. Natürlich. Isometrisch und jetzt geht's da rum. Wir sorgen mal im Office dafür, dass die Zombies mal richtig einen vor die Fresse kriegen. So. Zack. Und ich kann theoretisch auch hier alles gut machen. Ich kann auch Leute retten, das seht ihr gleich, wenn ich dann richtig loslege. So, komm, herr, naja. Lobo neu kurieren. Mit dem scheiß Wasserspender. Join the Revolution. The end is near. So. Ja, und dann können wir auch Leute retten. Die begleiten uns dann auch. Na, komm, und brecht aus den Cubicles aus. Kein Meeting. Also den ersten Levels kann man auch theoretisch durch weiterkommen, wenn man alles kaputt hat. Ist kein Scherz. Ich hab bis zum ersten, äh, ich sag mal, den Gegner mit dem Ding mal gezockt. Also, komm, weg. So, mit der Karte komme ich überall rein. So, mit der Karte komme ich überall rein. mal noch hier kohle automaten sagt ja ich sag's mal ganz ehrlich wahrscheinlich auch nur gerade diese 40 cent wert das hat witzigerweise ziemlich viele positive reviews vielleicht alles verfolgste office-arbeiter die anfangs sein endlich mal die tolle schwingen wollen als weg hier schon george michael wobei man aufpassen muss bei manchen georges also unten ist eine anzeige es gibt noch drei zombies oben ist auch so eine anzeige gewesen wenn ihr gesehen habt ihr noch ein kringel das ist das was die kriterien sind entweder man rettet alle man tötet die zombies in dem fall sie nach war das relativ synchron oder man zerstört alles so so i just saved your life and everything you want to maybe go out sometime um there is something i just have to over here ok um i'll catch up with you later after the zombies and stuff hey you forgot your baseball bat do you mind if i use this because of the zombies and stuff so 2 und dann war das ab ganz oben rechts ist die lebensanzeige aber deshalb auch gehen damit glaube ich noch was passiert ich habe einmal gewendet das muss ich dazu sagen Da haben die Zombies gewonnen, aber sonst, äh, auf Easy, glaub ich, steht das hier noch, ähm, können wir nicht alles machen. Das Lustige ist, ich muss mir gleich diese Art und Weise, wie ich zocke, so gesparen, weil ich ja viel zu lachen habe müssen, ja, ne? So, ja, Karte, ja, komm, ja. Ja, das Spiel hat übrigens auch eine Message. Ganz wirklich, aber ich glaube, äh, die Philosophie, äh, ja, ist nicht so unbedingt ersichtlich. Das ist meine virtuelle Katharsis. So, zack, zack, zack. Man sammelt übrigens auch unterschiedliche Waffen ein, aber ich weiß mal ganz ehrlich, ist vollkommen wurscht. Ich hab auf der O-Gege meinen Baseball-Schläger-Platt gemacht. So, ich gucke mal gucken, dass jetzt nicht alle Züge, alle Leute draufgehen. Na, komm, hau ab. Weil er hört also auch auf, wenn alle Zombies tot sind. Ich will ja auch auf jeden Fall alle retten. Wenn wir, wenn ich vielleicht arbeite des Monats. Okay, wahrscheinlich nicht mehr in der Firma, oder die ist wahrscheinlich nicht mehr so mehr in der Pleite. Vielleicht mache ich noch Karriere in der gemischten, Achtung, dem Crossover. The Walking Office. So, ich weiß nicht, wie man da rettet und was für einen Job hier hat. Ich glaube, aus dem Accounting, also aus der Buchhaltung. Und, ähm, aus dem Team Ressources, aus der Personalabteilung, wird glaube ich niemand gerechnet, glaube ich. Fiel mir mal so gackmäßig auf. So, dann noch zwei Zombies. Ich kann auch sagen, kannst mich mal. So. Da ist ja noch einer. Hey, äh, du bist einer dieser Biocam-Ressourcen, oder? Ja, würde ich sagen, wenn du nicht Blut auf dem Computer triffst. Sorry, äh, ist da eine Chance, dass du ein Virus hast, oder so? Well, anything ist möglich, aber ich glaube nicht so. Most der Wheatle und Kompetenz in der Department wurden in Management recently. Cause da sind, äh, viele Managers, und sie sind bei den Leuten und sch***. Ja, ich habe das gesehen, auf der Security-Kamera. Pretty wilde Sachen. Ich meine, Managers haben immer schon ziemlich wie Zombies, haben sie? Ja, das ist einfach, äh, extra-douchey, heute. Ich habe nie gesehen, dass sie eigentlich einen von einem aus dem Menschen ausfüllen. Ja, das ist ein neues Erlebnis. Ich mache ein paar Tests mit dem Direktor von Research und Development, gerade jetzt. Aber so far, es sieht aus, dass sie einfach k***chen. Was? Oh, ja, ein Arschho. Von was ich kann sagen, ist es eine definitivale Verbindung zwischen wie viel Geld diese Tests machen und wie violently ignorant sie sind. Violently ignorant? Ja, es ist wie ihre Selbstbewusstsein droht zu nichts. Und all sie können tun, ist es repetieren die Worte, die in Business School und Leadership Seminars. Also, sie sind nicht Zombies. Ich weiß nicht, dass sie das Tests sind, bis ich diese Tests habe. Sie wissen, dass sie sich um einen Baseball-Map-Map-Map ausfüllen. So, also, was da unten steht, ist wichtig. Es dürfen nicht mehr als 200 Dinger zu Bruch gehen. Und das wird knapp, das kann ich euch sagen. Das ist mein schlimmster Feind. Äh, die Story... Darf ich noch was zur Story erzählen hier? Also, die Story ist jetzt, ähm... Die Manager sind alle gierig geworden. Und das hat jetzt den Virus ausgelöst. Ihr hört übrigens auch, was ihr wahrscheinlich nicht hört, weil es verdammt leise ist. Die erzählen auch so, so, was fand ich, so tolle Sachen wie Deadline, Report und andere dann Office-Bullshit. So. Ja, genau, Performance. So. Hört mal ein bisschen hin, das ist ganz putzig. Na, komm. Hört mal ein bisschen, das wird ein ruhiger Level, das kann ich euch schon mal sagen. Nein! Nein! Sechs Gegenstände, schon kaputt. Also, ein paar Sachen gehen immer zu Bruch, aber ich habe, glaube ich, irgendwie 130 gehabt, wo ich richtig gut war. Ihr seht, das ist schwierig. So. Da ist. Zugang. Da. Aber schon 15. 20. Großartig, ne? Oh, da war noch einer. Ja, komm mal her. So. Da ist die Karte. Achso, der lebt noch. Komm mal her. Komm mal her. So. Check. Okay. Man avat. Okay. So. So, haben wir. Auch weg. So, schön. So, 41 haben wir. Das sieht von der Quote eigentlich ganz gut aus. Guck, guck. Nein! Und natürlich sollte man auch möglichst überleben. Das brauche ich, glaube ich, nicht zu erwähnen. So, ein bisschen gut. So. Ach, das ist an sich hingestellt. Das ist jetzt nur ein Defekt. Ja, das ist super. Ich als der Mega-Vandale hier. Ah, schön. So. 17. Das war doof. Super. Ich habe voll meine Statistik kaputt. So, noch 10 Zombies. Und ich kann noch 150 Gegenstände demolieren. Das wird knapp. So, machen wir denn noch was. Wo höre ich denn mal ein? Ist keiner? Ja. Ah, das ist ja auch so. Taser ist ja schön. Den hatte ich noch nie. Na gut, ich zog das jetzt auch gerade zum zweiten Mal, aber... Ah, da kommt der Rest. So, noch 6. Seid ihr 6 Zombies? Audit Trail, jawoll. Komm, guck mal her. Das sind 2. Da fehlen noch 2. Machen wir das jetzt mit dir. Egal, komm, der geht aufs Haus. Da ist der andere. Jawoll. Nur 68 Gegenstände. Ich bin so geil. So, Boss Fight. Dude vs. Tim. Tim, it's time. Ich weiß, ihr habt darauf gewartet. Ich hab darauf gewartet. Und jetzt geht's los. Und wie, der Style-Kinder macht doofe Witze. Falls es den überhaupt noch gibt. Der ist wahrscheinlich ins Ehren-Zombie. Der ist wahrscheinlich schon fällig. So, auf geht's. Timmy. Alte Hüte. Komm. Ja, mach du mal. Ja, ganz hochstrategisch. Wobei der damit gedacht hat, dass Tim gewinnt. Hinter jedem großen Zombie ist noch ein großer Zombie. Ja. So, jetzt ist aber mal vorbei hier. Nehme ich das mal ernst. So. Jetzt. So lange bis hier das letzte Blut. So, komm. Das ist jetzt ein Dubstep. Hört das irgendwann noch auf? Ist egal, ich hab Zeit. Okay. Reicht. So. Zombie-Manager ist tot. Ah, Zombie. Zombie. I'm not a zombie. You oughta saw a zombie. Look at you with your smug little tie. And you're covered in blood. You're covered in blood too. I'm not a zombie. What? I haven't said a single buzzword and tried to delegate anything to you. I'm not a zombie. You make a valid point. You make a valid point. Look, we'll be safe if we just stick together. So why don't we team up? I don't know, boy. I'll do this fine on me. Well, can I at least borrow your chainsaw for a bit? No, you cannot borrow my chainsaw. Just a quick go. Come on. No, you cannot have a quick go. I brought this little beauty from home. You think management would ever carve enough money to buy me such a decent piece of machinery? Why would you even have a chainsaw in an office building anyway? I'm the groundskeeper, you twat. What do you think trims the shrubberies? No one, I suppose. I suppose the shrubberies trim themselves. Well, you're sounding more like a manager every second boy all. You better watch yourself. I have no qualms about putting the chainsaw in your face. So. Und schon mal sind wir in den neuen Level. Und da sag ich mal, ist hier eine schöne Gelegenheit auch so. Wenn ihr das mal irgendwie unbedingt testen wollt. Ist ja ganz putzig, aber mehr eben auch nicht. Und da ist alles on fire. Burn, baby, burn. Ah, sag, 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 sag. Ah, ich bin ja nido. Ah, komm, da geht er überall hin. Geh er ruhig. Ah, komm. Fuck. Scharpe Pencil. Pencil, ist klar. Spitzte Bleistifte. Scheiße, sind wir gleich mit dem Level, die auch schon fertig sind. Oh, bin ich tot. Egal. Ja, das reicht als Test. Könnt ihr euch das mal einfach selber rüber angucken. Wieso, ich bin euer Mr. Venomaster. Bis dann. Tschüss.